Glück auf Schalke, in diesem Video soll es unter anderem darum gehen, warum der Leverkusen-Sieg gut für Schalke 04 war und ob Marc Wilmutz immer mehr Macht im Verein hat, all das in dem Video. Schreib deine Meinung zu den ganzen Themen gerne unten in die Kommentare und abonniere natürlich gerne den Kanal, um auch keine News mehr zu verpassen. Bayern 04 Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal, keiner feiert es so wirklich, aber für Schalke 04 ist es durchaus interessant, denn, wie ihr wisst, dadurch sind diverse Mannschaften nochmal in die Europa League oder in die Conference League Qualifikation gekommen. Genauer gesagt, die TSG Hoffenheim ist in die Europa League gekommen und Heidenheim in die Conference League Qualifikation und damit beginnen wir auch, denn, wir wissen, vor der Saison ist Marvin Pieringer zu Heidenheim gewechselt, fest und da gab es Bonuszahlungen. Die könnten sich jetzt darauf auswirken, denn man hat es international geschafft und dort gibt es diverse Boni, die jetzt greifen, die können bis zu 750.000 Euro betragen, das für unseren Klammenverein wäre unter anderem ganz gut. Darüber hinaus hat die TSG Hoffenheim jetzt die Europa League erreicht und dort haben wir ja zwei ehemalige Spieler, das ist einmal Marius Bülter und auch noch Ozan Kabak, ja, der ist schon etwas länger weg, aber da sind immer noch Bonuszahlungen offen. Bei Bülter sind die ganzen unabhängig von Einsatzzeiten und Leistungen und bei Ozan Kabak gab es noch auf einmal 500.000 Euro, wenn man die Conference League Qualifikation erreicht hätte oder eine Million Euro, wenn man die Europa League erreicht. Dadurch, dass das nun geschafft ist, wird auch dort nochmal Geld fällig bedeutet, auf Schalke wird es nochmal einen kleinen Geldring geben, all das, weil Leverkusen gestern gewonnen hat und nicht Kaiserslautern. Für uns also durchaus gut, auch wenn ich ehrlich bin, ich hätte es Kaiserslautern irgendwo gewünscht, aber nun gut, Geldringen für uns, Geldringen für Ben Manga, der eh kaum Geld zur Verfügung hat. Und wo wir schon von Ben Manga reden, Marc Wilmotz auf der anderen Seite soll als Sportdirektor immer weniger Macht haben. Wir erinnern uns, Marc Wilmotz kam als Legende natürlich in den Verein und wir wissen, dass es jemand ist, der durchaus mal etwas impulsiv ist, der etwas aneckt, der auch mal Sachen nochmal genauer anspricht. Das wird nicht jedem gefallen, das wissen wir auch, aber das kann durchaus sinnvoll im Verein sein. Das Ding ist jedoch, der hat immer weniger Mitspracherecht angeblich, so berichtet zumindest die WAZ, er soll nicht mehr so wirklich viel im Verein tun, denn er soll deutlich mehr Aufgaben von Gerald Asamoah übernehmen. Wir erinnern uns, der wurde irgendwann mal als Frühstücksdirektor degradiert, bedeutet, dass er sich primär um das Frühstück kümmert und nicht mehr viel Einfluss im Verein hat. Denn Wilmotz soll mittlerweile unter anderem für den reibungslosen Ablauf im Profileistungszentrum zuständig sein, bedeutet, nah an der Mannschaft, nah am gesamten Staff, am Trainer und einfach immer so ein bisschen das offene Ohr für alle sein. Matthias Tillmann auf der anderen Seite, Vorstandsvorsitzender, soll komplett auf Ben Munger schauen, bedeutet, Ben Munger soll an vorderster Front arbeiten, soll die Entscheidungen treffen über den Kader, über die Weiterentwicklung des Vereins und wie man in die Zukunft geht, wie man versucht, den Kader so zu bauen, dass er in der Zukunft auch wieder Erstliga-fähig ist und dass man sich dort auch regelmäßig dann halten kann. Bedeutet, Marc Wilmotz, der spricht nicht mehr so wirklich krass mit bei den Transfers, sondern der gibt eher Tipps, der ist beratend zur Stelle. Problem ist auch da wieder für mich, in Ben Munger, der hat mittlerweile echt viele Jahre Erfahrung, was Transfers angeht, der hat seinen gesamten Staff mitgebracht, der hat seine Scouts mitgebracht und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir Marc Wilmotz und nun ja, ehrlicherweise hat der nicht so wirklich Erfahrung, was Transfers angeht, also die Transfers, die er bis jetzt gemacht hat. Das ist Cholinov, das ist Brandon Soppy. Nun ja, da müssen wir ehrlich sein, die haben überhaupt nicht gefruchtet, die waren eher komplett für den Müll, weil Cholinov, klar, Identifikationsperson für uns, der hat aber quasi gar nicht gespielt. Und Brandon Soppy, was hat er jetzt am Ende gehabt? Vier Einsätze, fünf Einsätze und da war auch kein Mehrwert und der wurde uns ja als direkte Verstärkung verkauft. Hat halt nicht so wirklich funktioniert. Dementsprechend, wo der wirklich beratend zur Stelle sein kann, weiß ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Würde aber auch erklären, warum man von den Leuten, die angeblich schon fast sicher beim S04 waren, namentlich unter anderem Balikwisha, aber auch in Verlinden, auch vielleicht in Conte, sehr wenig mittlerweile hört, denn da sind die Spuren jetzt wohl teilweise sehr kalt, bei Conte besonders. Bei Balikwisha hört man, dass das wahrscheinlich auch nichts mehr wird. Verlinden, da hat man sehr viel Konkurrenz eh gehabt. Dementsprechend scheint das so, dass Wilmutz da auch deutlich weniger Macht hat und dementsprechend mehr so in der ersten Reihe steht beim Team. Vielleicht auch mal mehr, was nach außen angeht, alles übernimmt, was die Presse angeht. Bedeutet, bei einem neuen Transfer gibt man eben sein Statement ab und nicht das von Ben Manga, aber der zieht im Hintergrund die Strippen. Und man hört auch, Wilmutz ist auf Schalke mehrfach bereits angeeckt. Ein großes Thema dabei soll tatsächlich Simon Henssler sein, der Torwarttrainer, beziehungsweise bald ehemaliger Torwarttrainer, der ja sehr lange auf Schalke war. Da gab es wohl durchaus Stimmen, die gesagt haben, Simon Henssler sollte im Verein bleiben. Simon Henssler sollte einen neuen Vertrag bekommen und sollte weiter als Torwarttrainer aktiv sein. Jedoch hat man sich eben für den kompletten Umbruch entschieden. Da hat man dann auch eben Simon Henssler gefeuert. Dementsprechend ist diese Position ja auch noch vakant. Ich denke mal, wir haben alle einen Namen im Kopf, der wahrscheinlich diese Position ausführen wird mit Michi Langer. Ich würde es mir ehrlicherweise dann sogar wünschen, weil es die komplett logische Konsequenz wäre. Michi Langer kennt den Verein aus dem FF. Der weiß alles über den Verein. Der ist auch eine Identifikationsfigur, obwohl der ehrlicherweise kaum gespielt hat. Dementsprechend, das würde durchaus Sinn machen. Aber da sollte es wohl durchaus Meinungsverschiedenheiten gegeben haben, zwischen Wilmutz, zwischen Tillmanns, auch mit anderen Leuten nochmal. Doch, man sagt auch, hey, Wilmutz, der ist eine durchaus streitbare Person. Der hat eine durchaus starke Meinung. Aber, das war einem von Anfang an klar. Das wusste man. Man wusste, dass man sich da eine Person reinholt, die auch versucht, mal ein bisschen was anzugreifen. Und das wird nicht immer auf Linie mit allen sein. Und deswegen sieht man das noch als positiv an. Noch. Und das ist dieser Satz, der mir im WAZ-Bericht geblieben ist. Dieses noch sieht man das als positiv an. Ich frage mich ehrlicherweise, wie lange. Wilmutz ist gefühlt seit drei Tagen im Verein. Nicht ganz, ist schon ein paar Monate mittlerweile. Aber gefühlt ist es echt drei Tage her. Und schon hört man immer wieder, dass da deutliche Risse sind, deutliche Probleme sind. Und ich frage mich wirklich, wie lange das auf Dauer halten wird. Weil, wenn ich das höre, dann hört sich das danach an. Ben Manga hat das Sagen. Und wenn Wilmutz nicht dauerhaft spurtet, dann würden Tillmann wahrscheinlich sagen, alles klar, Marc, danke, dass du da warst, aber ciao. Und ich weiß nicht, ob das Wilmutz naturell entspricht, dort dauerhaft so ein bisschen sich zu fügen und zu sagen, ja, Amen. Und dementsprechend, ich warte ehrlicherweise fast nur auf den Knall. Aber mal schauen, wie lange das hält. Vielleicht ist es auch total die Liebeshochzeit und das funktioniert die nächsten Jahre. Und wir stehen irgendwann wieder in der Champions League. Ich würde es mir wünschen, ne? Also, hey, nichts dagegen. Die können gerne für immer da als Duo zusammenarbeiten, wenn das funktioniert. Ich kenne nur gefühlt Marc Wilmutz. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt. Schreib mir deine Meinung gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei den nächsten News. Und dann sehen wir uns bei den nächsten News.